Freunde, was glaubt, mein Name ist Jonas. In doch recht komischen Zeiten begrüßen wir euch zu einer neuen Folge Release Friday, nachdem wir letzte Woche ausgefallen waren, da mich die Grippewelle erwischt hat tatsächlich und nicht die andere Welle, die gerade grassiert. Haben wir letzte Woche mal Pause gemacht und ja, jetzt ist Freitag der 13. Passt irgendwie in die aktuellen Geschehnisse. Die Ereignisse überschlagen sich. Man weiß zur Stunde nicht, was in der nächsten Stunde ist. Ja, sehr komisch alles, aber nichtsdestotrotz haben wir uns ja heute eingefunden für eine neue Folge. Ein paar Dinge bleiben bestehen. Wobei ich echt sagen muss, man weiß ja nicht, ob wir nächste Woche noch drehen können, weil ich schließe gar nichts mehr aus, dass vielleicht irgendwie die Verkehrsmittel und so auch eingestellt werden, die Öffis oder was weiß ich oder Ausgangssperre oder sonst ein Shit. Auf Twitch können wir trotzdem noch online gehen. Auf Twitch können wir trotzdem noch online gehen. Wir streamen jetzt einfach die ganze Zeit, weil ja jetzt die Leute eh nichts mehr zu tun haben. Ne, ich will es jetzt auch gar nicht hier ins Lächerliche ziehen. Es ist dann doch alles etwas ernster, als auch ich, muss ich zugeben, angenommen habe. Ich habe es echt belächelt am Anfang. Ich bin jetzt auch nicht der Panik verfallen oder so. Also ich bin jetzt nicht irgendwie panisch, was weiß ich, dass ich mich infiziert habe oder infizieren könnte oder so, sondern mehr so dieses ganze drumherum, was dann ja jetzt doch so dystopische Züge annimmt. Und dass man natürlich, das muss man sagen, dass es natürlich um den Schutz von Risikopatienten vor allem geht und das Ganze verlangsamt werden sollte, damit halt nicht die Ressourcen komplett überstrapaziert werden. Aber ich halte mich da auch bedeckt, wie man heutzutage in der Internetsprache so schön sagt, weil wir sind alles nur Laien. Und ja, da sollte man jetzt ein wenig, ein bisschen weniger ignorant durch die Welt laufen. Konzentrieren uns noch besser auf Hip-Hop. Da haben wir ein bisschen mehr Ahnung von, als von Virologie. Ja, auf jeden Fall. Das ist lustig, ne? Die Leute, die sonst immer Bundestrainer sind bei Facebook, sind jetzt auf einmal auch Fachmediziner und Virologen. Ja, normal. Das folgt einem gewissen Muster. Das folgt einem gewissen Muster, kann man sagen. Die Facebook-Kommentare. Ja, Hafti Abi ist back. Hafti Abi ist back. Ja, es gibt auch noch gute Nachrichten in diesen Zeiten. Ja, Mann. Das weiße Album steht bevor. 24. April. Ist auch gar nicht mehr allzu lange hin. Parallel mit Ufo. Promo-Phase fünf bis sechs Wochen parallel mit Ufo. Und jetzt kam die erste Single-Cover. Ist auch schon drauf. Sehr, sehr geiles Cover von... Chehat Abdallah von Easy Does It. Chehat Abdallah von Easy Does It, der auch das erste Video gemacht hat zu Bolon. Spricht man es, glaube ich, aus. Yes. Kam von Mittwoch auf Donnerstag in der Nacht und ist das Intro zu DWA. Wie gefällt es dir? Gleichzeitig auch das Intro zur Promo-Phase. Mhm. Für mich. Und da hatten wir auch gerade schon im Twitch-Stream ein paar Leute, die das ähnlich sehen. Es hat mehr so ein bisschen Teaser-Charakter noch, weißt du? Bei anderen Alben, wo die Rapper dann vorher vielleicht noch ein paar Parts raushauen und schon mal ein bisschen so einen Einblick in die Stimmung des Albums geben. Das war jetzt... Es fühlt sich noch nicht wie eine richtige Single an. Mhm. Hält deshalb aber... Also es tut der Vorfreude bei mir keinen Abbruch. Ich finde, das hat auch schon seine Momente cool produziert. Bei Selsien, der bei dem ganzen Album wahrscheinlich wieder federführend war. Und Hafti hat auch zwei, drei Lines, die auf jeden Fall hängen bleiben. Bei mir war es einmal die 2020-Version von Einzige Mucke, wo man das, was man sagt, auch verkörpern muss. Was Megalo damals gerappt hat. Hafti drückt es ein bisschen drastischer aus. Er sagt... Ja, auf jeden Fall. Wir leben, was wir reden. Unser Verständnis von Hip-Hop, du Fotze. Ja. Klar auf den Punkt gebracht. Schonungslose Zeilen, wie immer, von Hafti. Und natürlich eine Zeile, die auch hängen geblieben ist mit... Mir doch Schwanz, woher das kommt. Hauptsache, es kommt in Frankfurt an. Was er reimt auf Italian. Das ist so Hafti-Style. Das ist so Hafti-Style. Richtig nice auf jeden Fall. Mir doch Schwanz ist auch so ein Ausdruck, den Hafti vor allem schon oft benutzt hat. Hat er auch wieder da... Sagt er jetzt da auch wieder Schwanz? Ja, genau. Deswegen, ja. Er sagt mir doch Schwanz... Was für Schwanz du komponierst. Ich komm von hier, du kommst von da. Ja, genau. Daran hatte ich mich auch erinnert gefühlt. Ja, sind auf jeden Fall wieder Quote-Bits dabei. Alleine wie er einsteigt nach dem... Nach dem... Ja, wie sagt man? Nach der Hook quasi. Wie er einsteigt in den Part. Bei YouTube ist es damit beginnt, dass er dann auf einmal in dem Bullenauto sitzt und da am Driften ist. Auch sehr geile Aufnahmen. Der Vibe ist schon da. Er sitzt da so, guckt so ein bisschen, also ist so ein bisschen melancholisch, trotzdem aggressiv und so widerspenstig. Aber trotzdem auch so mit so einem Gesichtsausdruck wirklich von so einem alten Mafia-Boss, der irgendwie auch ein bisschen müde von der ganzen Scheiße ist. Aber trotzdem auch voll Barbo-mäßig. Ja, voll. Er vermittelt echt einfach dieses Charisma, was er hat. Das vermittelt er auch... Charisma ist das Wort. Das vermittelt er auch da in der Situation, wie du sagst, er guckt voll abgefuckt. Aber man will ihm auch echt nicht krumm kommen in dem Moment. Und es ist minimalistisch gehalten, aber es passt auf jeden Fall zu Hafti. Er sitzt einfach hinten in einem Bullenauto. Auch wie das gefilmt wird, so aus dieser Perspektive. Und erst recht spät dann im Video, was auch von Easy Does It ist, geht es dann in die totale oder in die Vogelperspektive eher gesagt. Wo man dann sieht, dass er da auf einem, ich glaube es ist ein Hafengelände oder so oder ein großer Parkplatz, sieht auf jeden Fall nach Industrie aus. Wo er da so rumdriftet und vorher die ganze Zeit nur in dieser einen Perspektive gefilmt wird. Und man fühlt sich direkt so eingeholt von dieser ganzen Atmosphäre, die da ausgedrückt wird. Es ist sehr bedrückend, ein bisschen melancholisch vorher mit diesen abgefuckten Crack-Küchen oder Koksbunkern, die da gestürmt werden. Ja, also worum es, also wofür das Weiß im anderen Titel steht, ist ja ganz eindeutig Kokaina und Bolon ist, glaube ich, bedeutet, soweit ich das jetzt mir richtig gemerkt habe, Stein. Also geht es auch da um Koks und Crack und so weiter. Ja, es geht ja inhaltlich jetzt auf dem Song auch um nicht großartig anderes, halt wirklich vor allem Koks und Kriminalität. Und wenn das das Intro zum Album ist, dann weißt du auch, in welche Richtung das Album geht und da können dann aber diverse Facetten davon zur Geltung kommen. Und so als Appetizer finde ich es auch geil. Es ist jetzt natürlich nicht, wenn man sich zurückerinnert an 2014 Russisch Roulette, wovon man sich, glaube ich, auch ein bisschen lösen muss, weil das ist, da können sich, glaube ich, viele darauf einigen, so sein Meisterwerk. Und wenn man sich davon ein bisschen loslöst, dass er jetzt mit jedem Release daran anknüpfen muss oder da rankommen muss, dann kann man sich, glaube ich, auch sehr jetzt auf dieses Album freuen. Was ich sagen wollte, da war der Startschuss ja damals Ihr Hurensöhne mit Saudi Arabi Money Rich als Videospit-Single. Das ging natürlich so dermaßen in die Fresse und ist immer noch aktuell oder immer noch ein bis heute nicht erreichter Sound im Deutschrap, den er nach wie vor inne hat. Und das Album ist bald sechs Jahre alt. Das ging natürlich viel mehr in die Fresse. Ihr Hurensöhne war auch gleichzeitig der erste Song auf dem Album. Aber als Intro, denke ich, wird auch Boulon gut funktionieren. Man hat ein bisschen Bock, man denkt erstmal so, hm, vielleicht habe ich ein bisschen was Knalligeres erwartet. Aber man wird auch, ja, genau das, was halt so eine erste Single bewirken soll. Man ist gespannt, was jetzt als nächstes kommt. Der Song ist ja bei YouTube viel kürzer als in der Album-Version. Also die Album-Version geht, glaube ich, über eine Minute länger. Genau, bei Apple, Musik, Spotify und so weiter ist es auf jeden Fall eine längere Version. Da musste ich erst ein bisschen warm werden damit. Den Flow, den er da hat im Verlauf seines Parts, diesen sehr, sehr abgehackten Flow, der ist so auf lange oder wenn man den etwas länger hört, fand ich den erst ein bisschen anstrengend. Da muss man sich erst ein bisschen reinhören, finde ich, weil er den wirklich fast den ganzen Part durchzieht. Das fällt bei YouTube nicht so auf, weil der Song halt viel eher aufhört. Aber, ja, macht auf jeden Fall Bock aufs Album. Ich bin da gehypt drauf und lange müssen wir uns ja auch nicht gedulden. Cover ist geil, erstes Video ist geil, Single ist, man, also, lässt noch Luft nach oben. Genau, es lässt Luft nach oben. Es ist auch geil, wenn man nicht das Gefühl hat, okay, der hat jetzt direkt den krassen Song als erstes rausgehauen. Wobei natürlich bei Russisch Roulette beispielsweise war halt jeder Song so krass, dass es nicht schlimm war, dass dann direkt so ein Brett zum Anfang kam. Kann ja auch manchmal die Gefahr biergen, dass man danach ein bisschen enttäuscht ist. Ja, aber Hafti ist back. Ich glaube, wir freuen uns alle sehr darauf. Yes, auf jeden Fall. Und ich finde auch krass so die allgemeine Szenestimmung dazu. Also, wenn man sich so ein bisschen Kommentare durchliest. Klar gibt es immer noch ein bisschen Hater, aber wenn man bedenkt, wie der gehatet wurde früher und wie inzwischen aber sich die Community dahin gewandelt hat, dass die Leute sagen, ja, Mann, endlich, der rettet Deutschrap. Das finde ich auch immer so ein bisschen übertrieben. Also, jetzt nicht im Bezug auf Haft, sondern generell so diese Aussage. Aber ich finde es krass, wie sich so das allgemeine Bild von ihm geändert hat. Ja, Mann. Ja, und er released dann gleichzeitig mit Ufo am 24. April. Ufo hat heute auch ein neues Single gedroppt. Yes. Und ey, bei dem muss ich sagen, ich finde gerade gibt es niemanden in Deutschland, der auf seinem Level ist so. Absolut. Das ist vom ganzen ästhetischen, musikalischen Konzept einfach so eine runde Sache. Jetzt alle Videos von 100 Back Dolphins, dieses jetzt auch. Neues Single heißt Bad Girls Good Vibes. Ja, und da kam der jetzt auf einmal mit einem Sound um die Ecke, den ich gar nicht erwartet habe. Dass er auf einmal jetzt mit so einem Soul Sample kommt, auf einem Beat von OZ und The Crates, also auch da Top-Notch-Producer am Start. Junge, Junge, Alter. Also, die ganze Atmosphäre, die der kreiert und das wirkt alles so on point, da fickt gerade keiner mit. Ja, hatten wir auch schon zur letzten Single, zum Titeltrack, zu Rich Rich, glaube ich, ordentlich oder das ist ordentlich groß und breit besprochen, da sind wir uns einer Meinung, dass der ein Alleinstellungsmerkmal gerade hat. Ich glaube, das wird das Ufo-Album. Aber das haben wir auch schon gesagt, meine ich. Ja, also von Single zu Single wächst da mehr und mehr das Gefühl, dass es sein bestes Album wird bisher. Ja, jedes Single birgt auch natürlich wieder die Gefahr, dass diese Hoffnung zerstört werden könnte. Aber ey, der hat jetzt schon ... Aber es wird einfach immer größer, die Annahme. Der hat jetzt einfach vier Singles lang geschafft, diesen ... Weißt du, und ich kann jetzt auch nicht sagen, okay, die war deutlich krasser und die war, okay, die ist ein bisschen nach unten abgefallen. Das war einfach ein Level von richtig, richtig nice. Jedes Single für sich sehr krass. Also, es begann mit nur zur Info kurz vor Weihnachten, was ja das Outro ist und auch extrem viel vom Vibe lebt. Jetzt auch Good Girls, Bad Girls, Good Vibes. Auch ein sehr, sehr kurzer Song, nicht mal zwei Minuten. Und von diesen 1,50 ungefähr oder 1,51, um genau zu sein, ist auch nur die Hälfte gerappt so. Aber die Atmosphäre, die er kreiert ... Das ist auch so ein bisschen so ein Skid-Charakter. Du weißt, dass das auf ein Album kommt und vielleicht nimmt es mal zwischen zwei Songs das Tempo raus. Oder es leitet irgendwie eine neue Phase im Album ein oder startet eine neue oder so. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Ja, es hebt sich ein bisschen ab von den bisherigen Singles, passt aber gefühlt trotzdem insgesamt in das Gesamtbild rein. Video hast du schon erwähnt von Black Dolphins, haben sie in Istanbul gedreht. Ist auch noch gar nicht lange her, dass die da waren. Das hat er jetzt erst die letzten Tage gepostet, dass sie da am Start waren. Video auch wieder sehr nice. Ich finde, da hat sich echt ein Team zusammengefunden, was man vorher auch nicht so auf dem Schirm hatte. Also, man hatte natürlich beide für sich extrem auf dem Schirm. Sind ja in ihrem Metier top-notch seit einigen Jahren. Ufo für sich als Musiker und Black Dolphins als Videoproduzenten. Aber die ziehen ja jetzt wirklich komplett durch, was die Promophase anbelangt. Dass da alle Videos von den Black Dolphins kommen. Und die Black Dolphins waren ja gerade im letzten Jahr mit den Shindy-Sachen, Shireen David-Sachen. Also für Shireen David haben sie Doty gemacht, für Shireen David glaube ich alle Videos. Das waren oft Studioproduktionen oder für Casey und Gringo mit Badewanne. Das war auch krass, aber es hat halt sehr viel gelebt von einem krassen Studio und sehr vielen Requisiten. Sehr knalligen, kräftigen Farben, alles sehr clean und auf so einem High-Class-Level. Ja, jetzt ist es eher so eine lowe Ästhetik. Also die lebt auch von... Okay, Minimalismus ist vielleicht das falsche Wort, wenn ich mir die Locations angucke und was Ufo da so trägt und so weiter. Aber die Bildsprache ist relativ minimalistisch halt geworden. Genau, es ist mehr so, es ist halt nicht ganz so offensichtlich direkt, sondern sehr kunstvoll alles. Wobei das Video zu Rich Rich war natürlich... Also ich vermute, es war Ufo's teuerstes Video bisher. Ach, das war da, wo der Joker-mäßig den ganzen Haufen Kohle abgefackelt hat? Ja, unter anderem das und vorher in diesem riesigen Schloss oder was das war, wo dann die Frauen auf dem Boden lagen und er so wie ein König darüber. Unfassbar, unfassbares Video. Zwischendurch noch diese Schneesequenzen. Jetzt in Istanbul in irgendeinem verlassenen Gebäude, zwischendurch auf den Feldern mit den Schafen. Also das ist schon alles sehr, sehr krass. Die ganze Farbwelt, die die da kreieren. Hier, falls ihr... Also Top-Kommentar unter dem Video. Ist jetzt nicht verifiziert, dass es stimmt. Falls ihr die Location wissen wollt. Burj Al Babas, Geisterstadt in der Türkei, war mal ein Riesenprojekt. Das Geld ist ausgegangen. Jetzt stehen dort hunderte Disney-artige Häuser. Ah, krass. Klingt auf jeden Fall... Klingt auch wie aus so einem Film, Alter. Ja. So die Story dahinter. Einfach Geld ausgegangen und jetzt ist so eine Geisterstadt. Aber klingt nach einem Kommentar, den ich glaube. Ja, klingt jetzt nicht ganz so an den Haaren herbeigezogen. Ne, das sollte jetzt auch gar nicht die Produktion der Black Dolphin schmälern. Also die haben unfassbare Videos letztes Jahr abgeliefert. Die zeigen nur damit jetzt noch mehr, dass die auch noch andere Styles können. Das haben sie die Jahre vorher auch schon gezeigt mit verschiedenen Videos. Nur war halt, wie gesagt, das letztes Jahr viel geprägt von solchen Studio-Arbeiten. Mit riesigen Sets und Requisiten und so weiter. Und ja, jetzt mal ein anderer Film, die die da fahren. Und wie Flair ja auch schon mal gesagt hat, die Black Dolphins peilen halt, wo Rapper hinwollen. Die peilen diesen Gedanken dahinter. Die verstehen einfach diesen Stil und setzen das dann in der Regel auch immer sehr, sehr stark um. Ja, Mann. Also zu Ofo ist gerade echt nicht viel zu sagen, außer dass es geile Scheiße ist. Kurzes Fazit dazu gezogen. Ja. So. Dann haben heute Lugadi und Nein die erste Single aus der kommenden EP gedroppt. Die beiden zusammen mit Funkvater Frank droppen. Erstmal für mich natürlich geile Kombo. Und ich glaube auch für viele andere. Für dich geht da ein Traum hin. Ey, das ist so, wie wenn du bei FIFA so, kannst dir deine Mannschaft zusammenstellen. So, das ist meine. Ja, also die haben sich halt auf Tour, hat es wohl offenbar zwischen dem Duo und Funkvater Frank gefunkt. Haha. Den schlechten Joke habe ich auch im Artikel schon gebracht, sorry. Den hast du lange vorbereitet jetzt. Ja, der war schwierig auszudenken. Ja, die waren halt gemeinsam auf Tour. Lugadi und Nein haben Support gemacht für OG Kimo in Köln, Münster. Bei dem legendären Hamburg-Gig waren die auch als Special Act dabei. Haben am Ende noch Hush gespielt und ich glaube sogar beim Tourabschluss in Mannheim. Ja, und danach haben die sich relativ schnell schon zusammengetan. Und man konnte dann bei Lugadi und Nein häufig in der Insta-Story sehen, dass sie zu Funkvater Frank gefahren sind. Und dann im Studio halt Dinge getan haben. Und ja, das erste, was jetzt dabei rausgekommen ist, gibt mir auf jeden Fall harte Suicide-Boys-Vibes. Was gar nicht irgendwie so von wegen, okay, ist abgeguckt, sondern es kommt einfach, es ist richtig geil. Ich weiß nicht, wer in Deutschland schon mal so on point diesen Vibe hinbekommen hat. Mhm. Dann dazu noch so relativ humorvolle Lines. Ich meine, da gibt es andere Lugadi und Nein-Tracks, wo das besser zum Tragen kommt. Aber ich finde auch sehr interessant und variabel geflowt und so weiter. Also, und der Beat, alter, der ist halt, der hat für mich schon fast so was Zeremonielles mit diesem Vocal, was da drin ist. Also, sehr, sehr schöne Sache. Video dazu anscheinend in Köln entstanden, wie man an der Brücke im Video erkennen kann. Ist, glaube ich, die A4-Brücke. Über dem Rhein auf jeden Fall. Ja, ja, im Kölner Süden. Da kommen ja Lugadi und Nein her. Ja, was soll man sagen? Ich bin gespannt, was da noch für Songs kommen werden. Weil so eine Dynamik, wenn sich halt so ein Duo, was normalerweise auch seinen Stammproduzenten hat, so mit Trier. Und ansonsten halt noch ein paar Homies aus dem Umfeld. Lugadi produziert auch ab und zu ein bisschen und so weiter. Aber, weißt du, wenn die jetzt zusammenkommen mit Funkvater Frank, der sonst eigentlich auch eher so in einem festen Team ist, mit OG Kimo, Breitband und so weiter, dann kann da schon eine sehr interessante Dynamik entstehen. Und da sind bestimmt noch ganz andere Songs bei rausgekommen. Hattest du Angst vor einer Enttäuschung? Ne. Also, wenn ich ehrlich bin, nein. Echt nicht. Okay. Ne, also jetzt gar nicht nur bei dem Fall. Aber manchmal hat man das ja, dass man denkt, boah, den feiere ich voll und den auch. Wenn die mal was zusammen machen würden und dann machen die was zusammen und dann merkt man, okay, nur weil zwei für sich jeweils funktionieren, heißt das nicht immer, dass die Summe der Teilchen auch gut ist. Ja. Ja, ich habe jetzt gerade versucht, mir irgendeine Metapher vorzustellen mit irgendwas zu essen. Aber... Ja, man braucht immer Essen oder Fußball mit davon. Ja, genau. So, Nutella aufs Käsebrötchen schmieren. Ist das geil? Könnte auch geil sein. Keine Ahnung. Ich glaube, ich finde es nicht so nice. Ja. Ne, aber da hatte ich keine Angst davor. Da sind... Man hat halt häufig genug schon in diversen Tracks gesehen, dass sowohl die eine Seite als auch die andere Seite abliefert und zusammen dann halt auch. Ja, und das Ergebnis ist ja jetzt auch absolut das Gegenteil von der Enttäuschung. Sehr, sehr stark. Die Hook geht mies rein. Das Video dazu auch geil. Boah, ich habe nur noch nicht verstanden, was Lugadi da sagt. Häng mit nein. Blablabla. Nein. Ich glaube, er sagt zweimal nein. Aber das klären wir. Das ist jetzt ein Detail, das du dann noch klären wirst. Ja, Mann. Wird es ja auch bald so kommen. Jo, also. Sonst noch irgendwas? Ja, natürlich. Nö, das war es. Mehr ist nicht erschienen heute. Ne, ich würde noch gerne über Joe Cabra reden. Ah. Der kam schon vor fast einer Woche jetzt schon wieder. Am Sonntag hat er, glaube ich, geliest. In der Nacht von Sonntag auf Montag. Sehr, sehr verrückter Song wieder. Auch ohne große Ankündigung. Wenn man sich die Klicks anschaut, jetzt auch nicht so übelst durch die Decke gegangen, weil es wirklich super spontan kam, der Song. Genau, Kapi in seiner Rolle oder als sein alter Ego Joe Cabra war ja in den USA vor ein paar Wochen. Hatte einiges an Zeit verbracht. Unter anderem auch in Vegas, wo auch dieses Video entstanden ist. Und ich muss sagen, wie hieß der Song, den er gebracht hat hier? MX Black, der davor. Ja, der war krass und der davor. Hieß der Baby einfach? Ja. Mit Vibes? Ja, mit Vize. Ja, Vize. Oder wie auch immer man ihn jetzt ausspricht. Das fand ich auch schon geil irgendwie, dass er das macht. Aber das war jetzt kein Song, den ich dann öfter gehört habe. MX Black habe ich echt oft gehört. Geiles Ding. Und jetzt wieder ein ganz anderer Style auf Passt mir so gar nicht. Das ist einfach krass, wie viele verschiedene Styles der beherrscht, wie der einfach Sachen ausprobiert und oft sogar auch dann noch gute Songs bei rumkommen. Ja, das erinnert mich jetzt so ein bisschen an Dresscode Gucci, was letztes Jahr irgendwann kam. Ist halt auch wieder so relativ eingängiger Elektrosound und nicht dieser Mainstream-Pop-Elektro-Großraum-Disco-Kram, wie Baby war. Ist auf jeden Fall ein Beat, auf dem, glaube ich, nicht viele Rapper geil performen könnten. Und er macht das auf jeden Fall. Zeigt mal wieder, wie vielseitig er ist. Und ich feiere das einfach auch, wie diese Effekte im Video. Die benutzen einfach so, wir machen mal die Nase größer oder so. Und irgendwie passt das aber einfach dazu. Das ist alles nicht so für sich was übertrieben Besonderes. Aber in diesem Gesamtpaket funktioniert es einfach so gut. Und ich kann verstehen, dass viele Leute das haten. Die dann sagen, ja, ist kein Rap mehr und so weiter, bla, bla, bla. Aber die Songs sind einfach für sich. Und das kann halt nur er so machen. Ja, aber die Lyrics stehen hier natürlich nicht im Vordergrund. Nö, aber unterhaltsam ist es. Also auch da sind immer Quotes bei, du gehst kurzstrecken, ich geh kurzstrecken. So, ja, ich weiß, das sind keine tiefgehenden Lines, aber das ist doch einfach, das ist funny, Alter. Der hat Spaß daran, ich hab Spaß daran. Und das ist ja die Hauptsache. Das ist auch die Hauptsache. Das ist entertaint. Und der kann man sich auf jeden Fall gut geben. Wenn man gute Laune hat, dann sorgt der Song, glaube ich, für weitere gute Laune-Joker. Aber damit passt mir so gar nicht. Und heute hat er dann ja auch noch als Kapi einen Song gebracht, mit Samra zusammen. Berlin heißt der. Den fand ich dann schon wieder viel zu redundant. Also da hab ich auf jeden Fall... Schon. Passt mir so gar nicht wesentlich mehr gefeiert. Ja, so die Kapi-Samra-Songs, Alter, das ist ein bisschen auserzählt. Ich find, die müssen... Entweder müssen die sich irgendwie neu erfinden als Duo oder dem Ganzen einfach mal eine Pause geben. Ich mein, Kapi zeigt ja auch, wie vielseitig er ist. Wurde ihm ja lange nachgesagt, oder nachvollziehbarerweise, als er diese übertriebene Release-Frequenz hatte, dass sich alles gleich anhört. Und da waren auch viele Songs bei, die sich sehr, sehr ähnlich angehört haben. Aber er hat jetzt in den letzten Wochen auch wieder gezeigt, wie wandelbar er ist. Und der Song reiht sich dann natürlich eher in die Kategorie ein, also der jetzt heute kam mit Berlin, in die Reihe von Songs, wo man denkt, ja, das hab ich von euch beiden auch schon oft gehört, so in dem Style. So, du hast gerade gesagt, dass Kapi bzw. Joe Cabradi gute Laune pushen kann. Wenn man hingegen schlechte Laune hat, kann man sich heute hervorragend ein neues Boom-Bab-Album reinfahren vom Kollegen Hayes aus Karlsruhe. Oh ja. Brot und Spiele heißt das. Ich find auch schon den Titel nice. Also auch wenn, natürlich, man kennt die Redewendung, aber der Album-Titel suggeriert schon mehr als einfach nur so ein simples Wort oder was halt viele Rapper aktuell machen. Man kriegt genau das, was man haben möchte, was man erwartet und in dem Fall find ich das nicht enttäuschend, sondern, was erwartest du, ne? Du kriegst einfach sauber, sauberen, was heißt sauber, ich wollte eigentlich dreckig sagen, aber das ist eine saubere Sache, aber der Sound ist dreckig, die Attitude ist dreckig, authentisch von der Straße und so. Und man merkt auch, dass Hayes halt wirklich viel Persönliches da reinpackt. Also man bekommt nicht das Gefühl, okay, das ist einer, der hat mal irgendwie so mit Straße zu tun gehabt und rappt jetzt so über seine Vergangenheit oder sowas. Ich hab wirklich, man bekommt wirklich das Gefühl, der ist noch jeden Tag in der Hood und muss, erwähnt er zwar ein paar Mal jetzt auf dem Album, dass er ein bisschen zu Geld gekommen ist, durch Rap natürlich, aber dass er halt trotzdem jederzeit noch bereit wäre für andere Dinger drehen und dass er genau weiß, wie fragil dieser, ja, etwas Reichtum für ihn sein kann, weil er halt auf den Straßen unterwegs ist, ja. Ja, und dazu hauptsächlich East Coast inspirierten Boombab Sound, ich find für mich, ist ein Highlight der Song mit Cashmo, wo Chin Jack, der halt dann auf G-Funk, West Coast Vibes kommt und Hayes halt mal auch auf einem anderen Style dabei zeigt. Ja, ey, ich hab's mir eben mit dem Auto schon einmal fast komplett reingezogen, ich werd's mir auch noch ein paar Mal anhören, das ist echt ein sehr, sehr feines Album, wenn man auf diesen Style steht. Ich bin jetzt noch nicht dazu gekommen, das Album zu hören, aber wir haben ja die Singles in den letzten Wochen verfolgt, die waren alle schon durchgehend auf jeden Fall krass und das Videosnippet habe ich auch mir reingezogen, was letzte Woche oder vorletzte Woche oder so kam, da hat man auch schon sehr, sehr starken Eindruck bekommen von diesem Album und wie du auch schon sagst, allein der Titel, wenn man es heutzutage schafft, dass ein Titel direkt bei einem auslöst, ey, geiler Titel. Ja, oder ich will das Album hören. So, oder ich will das Album hören oder wie du sagst, da steckt ein bisschen mehr dahinter, das passt einfach dazu. Also der steckt da seine ganze Leidenschaft rein, der ist sich treu geblieben und allein der Titel ist nice einfach, das bleibt direkt hängen und in dieser Release-Flut, die wir jede Woche haben an Singles und Alben und EPs und was nicht alles, ist es auch einfach geil, wenn du schon mit dem Titel hervorstehst. Und jetzt nicht auf so Comedy-Art und Weise, dass man sagt, haha, witziger Titel, sondern da wirklich etwas mehr hinter steckt. Ja, ey, es gibt noch einiges, was diese Woche erwähnenswert wäre. Hast du gerade noch irgendein Favorite? Ich fand Schulter 139 geil mit Get Rich or Die Tryin', also beziehungsweise abgekürzt GRDT. Sehr brachial nach vorne treibender Beat von Chris, denke ich mal, spricht man es aus, C-H-R-S. Ja, der ist Killer, der Song. Der hat auf jeden Fall Bock gemacht, Schulter 139, auf jeden Fall Untergrundrapper, der vielen Leuten glaube ich gerade Spaß macht und seine Fanbase erweitert. Ich fand noch sehr nice zwei, drei Songs auf der EP von Marjan. Marjan hat heute die EP O gedroppt. Ja, Taxi habe ich auch gehört, die Single, die kam, sehr, sehr nicer Song. Taxi kam als Single mit Video, ist mir persönlich wieder ein bisschen zu poppig. Das hat Marjan zwar in vielen Songs, aber ich finde, der macht Pop auf eine geile Art und Weise, wenn er ihn reinbringt. Ist nicht von der Stange, so. Genau. Und ich fand aber den ersten Song auf der EP richtig, richtig gut. Leben lassen heißt der. Und der dritte hat mir glaube ich auch sehr gut gefallen, Guantanamera. Das kann ich auf jeden Fall jedem einmal ans Herz legen. Ansonsten, ja, noch mehr. 3 Plus haben wir eben auch im Livestream noch geguckt, dass er auch Bock gemacht, sein neuer Song Endlich. Auch geiles Video. Auch richtig schöner Beat von We Do Drums mit E-Gitarre, aber richtig cool verarbeitet. Ja, der Song war nice. Also auch wirklich so kunstvoll so und jetzt nicht so auf anstrengende Art und Weise, sondern trotzdem auch sehr, sehr gut hörbar, sehr schöner Song. Video dazu auch reduziert, aber passt auch so in den Film. Also 3 Plus auch mit einem sehr schönen Produkt, was er da heute präsentiert hat. Safe. Ansonsten hast du noch wen gerade? Ja, wir können ein bisschen ein Name-Drop hinmachen. Ich glaube, Jan Kaffa und Kutschik haben dich noch sehr überzeugt. Ja, also bei denen ist halt immer das Ding, dass Songs können bei denen halt was länger brauchen, damit die endlich wirklich so im Ohr ankommen und im Kopf. Der hat mich jetzt direkt beim ersten Mal, Queen heißt der neue Song von den beiden, hat mich heute direkt beim ersten Mal. Dachte ich so, okay, Hit. Auf jeden Fall. Kommen auch sehr, sehr viele Queen-Referenzen also auf die Band. Das Video ist auch mit Anspielung auf Wembley, auf das hier Live Aid-Konzert von Bob Geldof, 85. Beat kommt von Lou Cry und Swenna. Also das ist einer der besten Young Kaffa-Kutschik-F-Handy-Songs der jüngeren Vergangenheit für mich auf jeden Fall. Gold Roger hat Bock gemacht, Kalkulation. Produziert von Dienst und Schulter und es ist noch jemand dabei, den ich korrekterweise auch gerne droppen würde. Gold Roger auch immer lyrisch sehr, sehr krass unterwegs. Also wer ein bisschen Stimulation für den Kopf haben möchte, der kann da gerne reinhören und ist auch geil produziert mit noch einem Switch am Ende, wo nochmal ein bisschen das Tempo und der Sound ein bisschen aufgedreht wird. Von Dienst und Schulter und Wanta produziert. Yes, hätten wir das auch und ansonsten können wir, denke ich, schon ein bisschen schnell durchlaufen, Name-Dropping machen, wa? Ja, das war ja quasi gerade schon. Da sind wir schon ein bisschen dabei. Kitschrieg, Skinny, Blackboy haben eine gemeinsame EP gedroppt diese Woche. Da sind auch mindestens zwei, drei Songs drauf, die ich... Das kam unter der Woche, glaube ich schon, ne? Ja, genau. Ich glaube, kam Mittwoch. It's a Trap kann ich sehr empfehlen und der Song mit Tight Ill ist auch geil. Übrigens auch der Song geil von Ufo und Bowser auf dem Crates-Album. Den habe ich jetzt etwas verspätet entdeckt. Schlafen? Ja, schlafen. Da ist Ufo gefühlt so ein bisschen wieder in seinem Style so von 2016, 17. Also wer auf den Ufo gestanden hat, der wird damit, glaube ich, auch glücklich. Und ich habe mich dann auch gefragt, hatten Ufo und Bowser schon einen Song zusammen? Ich meine nämlich nicht. Aber ich nagelte mich nicht darauf fest. Ich glaube aber nicht. Und dann wäre das ja auch eine sehr, sehr prominente Premiere, die dem einen oder anderen bestimmt entgangen ist. Weil Produzenten-Album ja jetzt nicht immer so die ganz große Aufmerksamkeit bekommen. Ja, scheint... Okay, bei The Crates-Album, die haben schon, die haben schon klug gespielt mit ihrem Album und den Feature-Gestnahmen. Ja, normal. Allein, dass die Honda Civic drauf haben. Die haben ihre ganzen Trümpfe einfach ausgespielt. Von Bones. Was ja, glaube ich, die erste Single war auch Honda Civic. Ähm. Skifahren war auch dabei. Ach, Skifahren ist auch von dem Album. Der hat einfach 45 Mio-Streams aus Spotify. Okay. Maschine mit, äh, Raph. Himmelgrau mit... Aber gut, das waren auch die Singles. Schlafen war halt keine Single. Und, äh, deswegen an alle Ufo und Bowser-Fans, die das eventuell nicht mitbekommen haben, äh, hört da auch nochmal ins Crates-Album rein. Ansonsten kannst du vielleicht noch einmal die Liste öffnen. Und dann können wir ja noch von oben nach unten ein bisschen durchgehen. Yes, sir. Wer noch so gedroppt hat. Moneyboy hat unter anderem einen neuen Song gebracht. El Goonie. Auf einem Beat von SOTT. Auch finde ich bemerkenswert. Ah, krass. Geil. Äh, wahrscheinlich immer noch durch die Connection, die bei dem Soundclash entstanden ist, wo er mit, äh, Sofian und, äh, Craig Ignaz im Team war. Ja, ja, stimmt. Da drüber, äh, wird wohl die SOTT-Connection, äh, äh, entstanden sein. Ansonsten ist Moschel36 zurück. Hat heute einen Song mit Hannibal gedroppt. Conkeldom aus Dortmund mit Phrazy unterwegs. Feiern hat was gedroppt. Äh, die BAZ-Boys am Mittwoch schon. Äh, Maestro unter anderem. Äh, genau. Hey, das hatten wir schon. Elif, den, äh, die vielleicht manche von der Samra-Single kennen, hat einen neuen Song gebracht. Äh, Pay, ehemaliges Kodo-Signing. Marvin Game, Sam Siller, äh, boah, vieles, vieles, vieles erschienen. Bei den Alben ist noch Big Toe aka Fatal mit, äh, Krieg Dein Geld hoch heute rausgekommen. Auch, äh, interessante Feature-Gäste. Club's in Maine, Locke Nummer 19 und so weiter sind ab dem Start. Shoutout auch an Steez aus Mannheim, der heute Zoom gebracht hat. Äh, auch ein Newcomer. Und, ähm, ansonsten. Ja, Binjo und Lukis vom, äh, Zonky Mob aus Mannheim haben das Hotel-Tape gedroppt. Da sind auch, äh, Songs drauf, die Bock machen. Cas on the Beat mit der Tag-Teams-EP, wo unter anderem, äh, co, äh, interessante Konstellation. Quam E zusammen mit, äh, Yin Kalle. Auf jeden Fall, äh, crazy Kombination. Ansonsten, um die, äh, Alben noch oder die EPs noch äh, äh, komplett zu machen. Bambus hat Shiny veröffentlicht, Alien, die Alive-EP und ja, unter der Woche hatten wir ja schon Kitschkrieg mit Skitty Black Boy. Hast du Big Toe erwähnt? Ja. Okay, okay. Gut, dann war's das für diese Woche. Hoffentlich, äh, nicht für längere Zeit. Wie gesagt, momentan, äh, ändert sich die Nachrichtenlage stündlich. Deswegen, ähm, verfallt nicht in Panik, aber nehmt ist auch nicht zu sehr auf die leichte Schulter. Äh, jeder kann ein bisschen dazu beitragen. Ähm, verzichtet vielleicht mal auf die Gewohnheiten, die es sonst so gibt. Äh, geht nicht unnötiges Risiko ein, dass man sich immer mal wieder ordentlich die Hände waschen sollte. Das, äh, ist, äh, auch ein bisschen bedenklich, dass das jetzt erst so ein Thema wird, durch, äh, einen solchen Ausnahmezustand. Aber sollte man natürlich trotzdem befolgen. In dem Sinne, äh, äh, passt auf, bleibt gesund. Lasst den anderen Leuten noch ein bisschen Mehl. Seid umsichtig, aber, genau, lasst auch den anderen Leuten noch Mehl und Nudeln da. Verfallt nicht in komplette Irrationalität. Ähm, findet, wie man es so oft im Leben tun muss, die gesunde, goldene Mitte. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Ja, tschüss. Tschüss. Ciao.